So, willkommen zurück zu meinem Let's Play Obscure mit mir, Bum36. Und wir, ich glaube, den Hebel, wo wir gefunden haben, den bringen wir am besten dorthin, wo... Ich bin schon ganz blam blam. Dort, wo wir hergekommen sind am besten. Was sind denn die Monstern? Hab ich die alle mit der eigenen Blendgranate getötet oder was? Okay, von mir aus. Cool. Das ist wirklich cool. Wozu soll das denn gut sein? Wozu soll das denn gut sein? Wie weißt du, wenn du einfach mal warten würdest? Und wenn du das machen würdest, ich glaube, hier müssen wir es irgendwo einsetzen. Ich kann sehen, dass es tot ist, aber ich werde nicht nachsehen. Toll. Wir brauchen etwas, um den Mechanismus zu aktivieren. Okay. Verwenden. Ui, eine Zwischensequenz. Diese Tür. Oh Gott. Wo war die noch mal? Auf jeden Fall ist da unser Lehrer. Ja, und wir machen die Drecksarbeit für ihn. Toll. So, jetzt gilt es für uns, die Tür zu finden. Bloß, wo war die noch mal? Die Leiter nach oben, vielleicht? Ich bin da irgendwo in der Nähe. Oh Gott. Wo war diese Tür? Nein, hier bestimmt nicht. Vielleicht hier. Nein. Durch. Wo war diese Tür? Verdammt. Gehen wir mal doch noch mal hier durch. Denn sie war auf jeden Fall irgendwo hier in der Nähe. Da bin ich mir ganz sicher. Nein. Vergiss es. Hier war sie nicht. Oh, ich hasse das. Rätseln, wo alles ist. Das ist schlimm. Sowas mag ich gar nicht. Dummdi 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 dumm. Wir werden es schon noch finden. Ich meine, wir sind hier nicht dumm. Das passte gerade zu dem dummdi dummdi dumm. Okay. Ähm. Wo könnte diese Tür sein? Hier durch? Ja. Da war so ein roter Boden, glaube ich. Bitte lass es richtig sein. Ja. Das bringt doch nichts. Sie lügen. Es wird Ihnen nicht helfen. Das ist Gegenmittel. Herr damit zuvor. Sie haben schon zu viel Licht abbekommen. Nein. Boden, halt. Herr damit oder ich schieße. Ihre Mutation hat schon begonnen. Oh oh. Bitte lass noch genügend Gegenmittel dabei sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tot. Oh mein Gott. Okay, alle hier. Sieht aus wie die Tasche von Professor Walton. Dann. Nimm sie doch. Cool. Militzen und Erste Hilfe kosten. Okay. Okay. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir speichern hier nochmal. Denn vielleicht ist das unsere letzte Möglichkeit zu speichern. Wir speichern auf Speicherplatz Nummer 10. Yep. Okay. Gut. Gehen wir rein. Und erledigen das, was uns wartet. Fast hatte ich die Formel. Ich war so dicht dran. Oh mein Gott. Was zum Henker. Oh meine Fresse. Was zum. Bin ich jetzt wieder rausgegangen oder was? Mensch, bin ich schlau. Okay. Okay. Dann kann ich mich schnell heilen. Rein mit dir. Okay. Kenny. Verdammt, die Scheiße. Was heißt das Spielstand? Ja, laden. Laden. Erfolgreich, danke. Oh mein Gott. Könny, du bist identifiziert. Das heißt, du gibst alle deine Sachen, bitte. Ihm. Na los. So. Einzige, was dem noch gibt es jetzt. Ist. Ähm. Die Lampe kann er haben. Was kann man ihm noch geben? Was soll denn das jetzt? So. So, die Lampe gebe ich ihm. Geben. Okay. So. Und du nimmst jetzt sie mit. Okay. Ich bin direkt unter dir. Verzeih mir. Verzeih mir. Verzeih mir. Fast hatte ich die Vorste. Ich war so dicht dran. Ich mir erkenne die Videosequenz. Okay. Okay. Was zum? Ich bin so dumm. Geh wieder rein. Verdammt. Eine falsche Waffe. Ja, seht ihr, wie ich rein und raus springe? Das ist schön. Okay Leute, da das unser Bosskampf ist und meine Videozeit sowieso schon wieder vorbei ist, leider, würde ich sagen, wir machen einfach weiter im nächsten Video und packen den Bosskampf im nächsten Video rein. Also dann, wir sehen uns im nächsten Teil. Schaltet auch wieder ein bei meinem Let's Play, ähm, Obscurel mit mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.